Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brot in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die ersten der dunklen Brot. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Dann kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen. Krieger und Magier. Barbaren und Könige. Die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten. Und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück. Und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brot wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Nun ist es vielleicht schon zu spät. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. So, da sind wir. Wir fangen an mit Dragon Age Origins. Biet keiner mehr? Doch, wir spielen es. Heiß empfohlen wird es mir ja immer wieder. Selbst Chagana sagt immer, das musst du spielen. Jetzt gab es das im Angebot. 5 Euro. Nehmen wir mit. So, dann erste Wahl. Die Wahl deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der sechs verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem, wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Oh, ja, klar. Erste Entscheidung. Mit oder ohne Titten. Klar, dass die dann anders reagieren. Der sieht noch ein bisschen nach Bettler aus. Aber kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, Mann in Fähre sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Beide Geschlechter sind in den meisten Organisationsallhäusern und Militärneiten zu gleichen Teilen vertreten. Okay. Oh, gleiche Meinung. Gut. Welche Völker haben wir? Menschen. Die Menschen bilden die zahlmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst viermal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutendste Rolle, die die Religion und Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sie in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und Zwergen. Menschen können Krieger, Schorken oder Magier sein. Rassenbrunnig. Stärke plus 1. Gut für Krieger. Geschicklichkeit. Gut für Schorken. Magie und Gluckheit. Ah, Gluckheit. Also nichts für Julian. Das ist ja ein Zwerg wahrscheinlich. Schauen wir uns mal die Elfen an. Lego-Glas. Okay. Elfen. Alter, der Pranken. Der hat genauso Pranken. Aber das passt überhaupt nicht zu den Kleinen. Ah ja. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihrer Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in Armutsvierteln der Städte der Menschen. Nur die nomadischen Stämme der Dalish klammern sich noch an ihre Traditionen. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgendwo anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schorken oder Magier sein. Ah, wie die Menschen. Okay, Rassenbohnen, Willenskraft und Magie. Es gibt nur drei Klassen. Also was macht ihr denn da so rum? Zwerge können keine Magier werden, oder was? Ja. Epische Rasse, ne? Zwerge. So. Die in Kasten und Tradition gebundenen Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg, um die letzte Festung ihrer einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über hohe Resistenzen gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selbst Magie zu verwenden. Gut. Steige Geschicklichkeit, Konditionen, 10% gegen Magie. So. Das ist mir ein bisschen zu Lego. Obwohl. Ah, Willenskraft, was? Willenskraft für den Schorken. Hm. Naja, lassen wir mal die Klassenwahl erstmal aus. Krieger. Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegnern vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften. Und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderer. Klassenboni, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Okay. Schock. Ne, Magier. Hat auch was, ne? Sieht zumindest nicht mehr nach Bettler aus. Okay. Magier, du gibst. Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist dir bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Erläuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder hast du Erfolg oder du wirst von den Rittern getötet, die über deine Art wachen. Okay. Ähm. Keine Boni? Sie ist schlecht. Okay. Hätte ich mir jetzt mehr erwartet, aber okay. Schocke. Schorken sind fähige Abenteuer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schorken über gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteuergruppe dar. In taktischer Hinsicht sind sie zwar kein idealen Frontkämpfer, aber gelingt es, einen Schorken sich hinter einen Gegner zu schleichen, kann einen hinterhaltigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierung eines Schorken umfassenden Waldläufer, Bade, Urland und Assassine. Okay. Wir haben auf jeden Fall Willenskraft, scheint wichtig zu sein. Und Klugheit. Matsche, 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 oder mit Pfeilen. Das ist ein bisschen beides seiner Reize. Schorker, natürlich Waldläufer. Ich weiß leider nicht, was das nachher für Klassen sind. Oh, okay. Okay, wir nehmen einen, wobei ich glaube, wenn wir den nehmen, durch die Versklavung, na, woher kriegen wir dann alle Geschichten mit, ich weiß es nicht. Ah, ist so eine schwere Entscheidung. Wir mitbrüsten aber genauso mager aus. So, das ist eine richtige Vorbereitung. Hm, da ist Fleisch drin. Aber dann gucken wir mal, den hier. Ja, und daraus einen Legolas-Waldläufer oder Assassinen. Schauen wir mal. Oh, ist er jetzt schon. Erfolg. Lebenskräfte, die... Ah, schlecht vorbereitet. Okay, Hintergrund. Okay, jetzt werden die doch mehr interessanter. Stahle Scherf, du bist stolz über deine Rolle als einer der wenigen wahren Elfen und hast immer angenommen, dass du dein Leben in deinen Stamm verbringen würdest. Bist du ein zufällig entdecktes Relikt aus der Vergangenheit deines Volkes droht, dich von allen vorzureißen, was du jemals kanntest. Okay? Stahlelf. Naja. Du hast dein Leben schon immer unter der Herrschaft deines menschlichen Lehnsherren verbracht. Doch als ein ordentlicher Lord an deinem Hochzeitstag sein Recht auf die Brot einforderte, explodierte die spielenden Spannungen zwischen den Rassen in einen Regenusvergeltung. Naja. Never touch my wife. Gucken wir mal noch kurz bei den Menschen nach. Du wurdest in eine Familie hineingeboren, der in Reichtum und Macht nur hinter den Königen zurücksteht. Als dein Bruder den Großteil der Truppen eurer Familie nach Süden in den Krieg führte, werden deine diplomatischen und kämpferschen Fähigkeiten auf die Probe gestellt. Das klingt ja interessant. Wie? So interessant, dann auch wieder nicht, oder? Okay. Was erwartet uns als Magier? Ähm. Du gebietest über ein ebenso gefährliche wie mächtige Kraft und bist bewusst, dass die Magie für all jene einen Fluch darstellt, die nicht... Das hatten wir schon, Jungs. Völkerliche Zwerg. Inline ein Land, in dem die stolze Stellung alles bedeutet, wurdest du als Kastenloser geboren, als Helfer und Gauner. In Diensten einer einheimischen Verbrecherfürsten verbringst du dein Leben nahezu unsichtbar. Bis das Schicksal dich plötzlich in deinen Mittelpunkt rückt und dir die Chance gibt zu zeigen, ob deine Taten oder deine Geburt bestimmt, wer du bist. Okay. Hartliger Zwerg. Sieht so geil aus mit seiner Rüstung schon. Als Lieblingskind des Königs der Zwerge übernimmst du voller Stolz dein erstes militärisches Kommando. Also, das ist ja fast so wie jetzt, nur um festzustellen zu müssen, dass tödliche Familieninträgen ebenso wie Hophira eine größere Bedrohung darstellen als das Schlachtfeld. Okay. Ähm. Komm. Läufer. Wir sind stolz darauf. Mal gucken. Ich finde diese Kombination aus Verachtet werden von den anderen und Dings gibt bestimmt ein paar coole Konflikte. Ähm. Kommt bei den Frauen wahrscheinlich dann nicht so toll an. Aber mal gucken. Hauptsache Blut. Grüße. Grüße. Bala. Voreinstellung. Jui. Gut. Hier wären wir ein paar Optionen. Gut vorhörbar. Ein bisschen zu. Ein bisschen Mittelmaß. Nicht zu hell, nicht zu dunkel. Hm. Da. Ja. Kein Tattoo. Also, wenn ein Tattoo ist, dann muss das gut aussehen und das sah für mich nicht so aus. Gar nichts aus. Gar nichts aus. Nee. Alter. Da haben wir vorher gestanden. Ja, das passiert, wenn man... Es flieht nur noch die Tätowierung. Dann sieht es aus wie Katzenberger. So. Theo Weigel, zack. So. Was kann man nachfahreben? wenig und nix naja komm Klischee Klischee weiß Augenform das kann es nicht bringen ok Augenfarbe ändern wir noch gut die Regler lassen wir mal das wird nur schlimmer aussehen wenn ich da rumfummel ähm komm lass das lieber ich kenne da meine Präferenzen zu richtig hässlichen Charakteren ähm Aussehen und Stimme ok nach oben schauen dann das ist geil äh komm Stimme grüße 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 und grüße also gut das hat nicht funktionieren und alles in Ordnung verdammt ich konnte den Zauber nicht aufrecht erhalten grüße ich habe meine konzentration verloren und grüße also gut das hat nicht funktioniert wie merkwürdig meine waffe verursacht keinen schaden doch kein fenspielen und kein schaden macht okay neo lord von energy okay nachnahmen können wir nicht ändern müssen nehmen was wir kriegen weiter die stärke ja einfluss an höhe des körperlichen angriffs vorhanden schaden außerdem die treffergenauigkeit im nahkampf eine höhere stärkwerte ist für krieger unverzichtbar vor allem wenn sie zweihändige waffen führen möchten und fast ebenso wichtig für schocken geschicklichkeit geschicklichkeit das magier mit hoher willenskraft verfügen über große mana reserven und können mehr zauberwürgen kriege und schurken vielleicht eine höhere willensstärke werden mehr ausdauer für kampftechniken und spezial okay dann wahrscheinlich in die beiden magie wird unwichtig sein für uns aber mal gucken magie ist der maßstab der natürlichen affinität eines charakters für die welt der arcane dieser attribut ist für magier überaus wichtig dass die zauberkraft wird die wiederum die effektivität sämtlicher zauberer bestimmt darüber hinaus bestimmt dieses attribut bei allen klassen wie effektiv ein charakter tränke umschläge und salben nutzen kann okay klugheit kann man gleich ein paar minuspunkte machen klugheit bestimmt wie schnell ein charakter lernt um fähigkeiten wie kräuterkunde kampftechniken zu lernen ist eine schnelle auffassungsgabe voraussetzung da viele ihre klassenfähigkeiten und spezialangriffe weniger von stärke als vielmehr von raffinesse und der beobachtung des gegners abhängen profitieren schurken von diesem attribut am meisten okay konstitution steht für die gesundheit und widerstandsfähigkeit eines charakters eine hohe konstitution hat direkten einfluss darauf wie viele schaden dein charakter verkraftet bevor umfällt okay also runternehmen können wir nichts das ist uns zu wichtig zum camp sollten wir auch noch ein investieren zum camp sollten wir auch noch ein investieren so ist natürlich alles falsch aber hey verfügbare skills ok Manipulation Benötigt 10 Klugheit, okay 10 Klugheit Alles sehen wir hier auf Klugheit, ne? Drück Klugheit 14, naja, das das schaffen wir So, der Charakter ist charmant genug, um andere davon zu überzeugen, ihre Ansichten zu ändern Stärke lässt den Charakter einschüchtern oder wirken, während Klugheit ihn überzeugender macht, okay Stehlen Freunde, gesinnte Personen, kleine Gegenstände zu stehlen, wenn sie nicht wachsam sind Okay, Fallenbauer Einfach auf Fallen und Köder herzustellen Überleben haben wir schon Der Charakter kann Wesen in einer Nähe deren Stufe unter seiner eigenen Liegen aufspüren Diese Fähigkeit gewährt ihm außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenten Kräuterkunde Der Charakter kann aus gewöhnlichen Kräutern einfache Tränke, Umschläge und Seile herstellen, okay Giftherstellung Der Charakter hat den schwierigen Lernprozess der Hilfe, einfach Gifte und Sprengfeuer überleben Kampfausbildung Kampfausbildung, Fähigkeit, Passiv Der Charakter hat die grundlegende Kampfausbildung hinter sich gebracht, wodurch Krieger und Schocken nun Zugriff auf Waffentalente der ersten Stufe erhalten Maja verkraften mehr Schaden durch Angriffe, bevor ihre Zauber unterbrochen werden, okay Kampftaktik Der Charakter kann im Kampf schnell neue Strategien entwickeln und hält deshalb ein Kampftaktikfeld Wo cares, was das ist wieder Manipulieren, das ist In ein RPG gibt es auch mal Manipulierungsfähigkeiten, hat mir Mass Effect schon geholfen Äh, Bogenschießen Benötigt Kampfausbildung, okay, scheiße Unter der Gürtellinie, geschickte Hände, alle Schurken verstehen etwas von Ich will aber am liebsten Bogenschießen Ich will doch Hm Manipulierenfähigkeit ist halt am Anfang auch ziemlich wichtig Gut, unter der Gürtellinie Der Schoko führt einen schnellen, unfairen Tritt gegen sein Ziel aus und verursacht damit normalen Schaden Scheitert der Gegner bei einer Prüfung seiner körperlichen Widerstandskraft, besteht darüber hinaus die Chance Dass er Abzüge auf Verteidigung, Bewegungsunfähigkeit, äh, Verteidigung und Bewegungsgeschwindigkeit erleidet Als Schurke verstehen wir etwas von Öffnen, von Schlössern und das Ausspielen von Entschärfen und Fallen Aber besonders geschickte Finger und einem fester Griff geben den Charakter Boni bei diesen Aufgaben Auch seine Glückheit hat Einfluss auf diese Fähigkeiten, also Diebstahl, Verstohlenheit Der Schoko hat gelernt, sich dem Blicken anderer zu entziehen, wenn dies nicht allzu aufmerksam sind Versucht er etwas anderes, als sich zu bewegen, wie beispielsweise anzugreifen oder ein Gegenstand zu verwenden Wird er allerdings Aufmerksamkeit erregen Greift der Schoko aus der Verstohlenheit heraus an Gelingt ihm mit der ersten Attakte garantiert ein kritischer Treffer oder ein hinterhaltiger Angriff Okay, Eier treten So, Schlösser öffnen, kann man immer mal gebrauchen Und so ein Tritt in die Eier war noch nie verkehrt Schwierigkeitscard, was haben wir da? Leicht normal Oh ja Wir nehmen normal Ich hoffe, ich langweile mich nachher nicht, aber Wir starten Ich hoffe, ich mache meinen Job Vielen Dank.